So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich habe ich ja noch den Mega-Gewaltrow-Raid für euch vorbereitet, den ich machen musste zur Vollständigkeit, weil ich noch keinen Mega-Gewaltrow entwickelt habe. Da gab es ja einen Community-Raid, jetzt muss ich das schon wieder verschieben. Dann gab es das Ticket von Hubi Michi, was drei Monate lang mir also immer eine Spezialforschung gibt, eine befristete Forschung, drei Monate, jeden Monat eine. Das muss ich jetzt auch schon wieder verschieben, als Video ist aber schon alles fertig. Gestern Abend wurde schon wieder das nächste Event angekündigt, die Wetterwoche. Wow! Das heißt, ja, vielleicht sollte ich es machen wie manch andere und einfach gar keine News mehr bringen und einfach nur noch die Sachen, die ich so mache, damit ich da mal hinterher komme. Die ganzen Levelaufstiege da bis 50 fehlen ja auch noch, aber jetzt schiebt mal alles rum. Am Wochenende ist eh nichts los, kein Sea-Day, kein Raid-Day, kein was anderes. Ein Event ist momentan ja sowieso im vollen Gange. Da gibt es auch keine Forschung, keine Spezialforschung, kein Ticket. Es ist momentan angenehm und ruhig. Danach geht es halt wieder voll ab, aber wir können die Ruhe gerade genießen. Was ist aber die Wetterwoche? Wir sehen hier schon Formeo in all seinen vier Formen, die je nach Wetter auftreten und alle vier Formen können shiny sein. Habt ihr schon alle vier shiny Formeos? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Der Main hatte alle vier. Der Habanero hat gar keinen. Der Habanero braucht auch an sich keinen. Ich kann direkt sagen, für mich ist das ein Event, wo ich komplett einfach gar nichts machen müsste. Ich werde jeden Tag meinen Raid-Pass machen, beziehungsweise meine zwei Raid-Pässe, aber ansonsten brauche ich hier nichts. Die Wetterwoche startet am Donnerstag, den 14. März. 10 Uhr bis Montag, den 18. März. Ist also keine ganze Woche. Ist halt nur eine halbe Woche, sozusagen. Es gibt mehr Staub für Pokémon mit Wetterverstärkung. Das passt also immer, wenn ihr seht, da ist ein Pokémon auf der Map und da ist so ein Kreisel drumherum die ganze Zeit. Das hat Wetterboost. Geht da hin, das ist Wetterverstärkung. Die geben dann mehr Staub. Insgesamt gibt es trotzdem doppelten Fangstaub und eine erhöhte Chance auf schillernde Formio. Also Formios sind erhöht in ihrer Shiny-Variante. Ich finde es schade, dass sie sich zurückentwickelt haben hier, weil normal hast du dann wilde Pokémon als Überschrift gehabt und dann die Bilder von den Pokémon direkt nebeneinander. Schön übersichtlich, dass du immer genau wusstest, aha, jetzt hast du nur noch hässlich so Text. Es sieht halt einfach nach nichts mehr aus. Ich hab's mal gelobt, diese Blog-Posts, mittlerweile finde ich die halt wieder kacke. Also schade. Wilde Pokémon. Die wilden Pokémon erscheinen bei den jeweiligen Wetterbedingungen häufiger. Darüber hinaus erscheinen Formio in der jeweils zum Wetter passenden Form während des gesamten Events häufiger. Bei Sonne, Tusker. Bei Regen, Pluturzel. Bei Schnee, Bedeck. Also bei Schnee, Schnee, Bedeck. Teilweise bewölkt, gibt Kießling, Bedeckt, Parfi, Windig, Wablu, Nebel, Nebulak. Die folgenden Pokémon erscheinen unabhängig vom Wetter häufiger, also die ganze Zeit, Paras, Driftlon, Iguana, Amarino. Mit etwas Glück begegnet ihr dem folgenden Pokémon, Schlurp. Ich weiß nicht, wieso Schlurp jetzt hier als besonderes, seltenes, spezielles Pokémon genannt ist. Was hat Schlurp damit zu tun? Ansonsten, was ist denn cool? Tusker? Ne, Luturzel? Ne, Schnee, Bedeck? Weiß ich gerade gar nicht, wie sieht denn das aus? Ah, ist von Rexblizzard, oder? Hat auch Mega-Entwicklung, also Schnee, Bedeck ist nützlich. Okay. Kießling? Ja, durch den C-Day, die Attacke, die er bekommen hat, dann am Ende als Broccolos war der ganz gut, aber gibt es auch genügend Alternativen. Parfi? Ne, Wablu, Vega-Altaria-Entwicklung ist auch nützlich, Nebulak, Mega-Gengar ist auch nützlich, Paras gibt mehr Staub, da könnt ihr sowieso schon Paras mit Wetterboost doppelten Staub im Event, plus erhöht, plus mehr, plus, also Paras ist wieder die Staubschmiede. Drifflon, Iguana, Amarino, Schlur. Für mich, wie gesagt, an sich nichts Besonderes dabei, ich brauche da keine Bonbons, ich brauche da keine XL, ich brauche da gar nichts, aber was ist euer Favorit von den wilden Pokémon? Raids, Stufe 1, 3 und 5. Wir haben Quapuzzi, Nebulak, Hypopotas und Amarino in den Einer Raids. Für die Raid-Medaille zum Pushen kann ich da bestimmt noch irgendwas machen, ich glaube, ich habe noch nie einen Amarino Raid gemacht, und bestimmt auch noch nie einen Hippopotas. Raids, Stufe 3, Glurak, Schlurb und Zenlong. Zenlong war ja letztens einmal da, dann war es weg, viele wollten das als Shiny haben, ich finde das Teil absolut hässlich, ist auch meiner Meinung nach total unnütz. Schlurb in Raids, aber auch extrem selten wild. Was, Schlurb, was willst du in der Wetterwoche? Ich verstehe dich nicht. Glurak, Glurak ist cool, also der geht immer, hat ja auch eine Mega-Entwicklung, ist natürlich mega nützlich dann auch, hat ja auch X und Y als Mega-Entwicklung, da ein gutes Exemplar, oder ein Shiny, die die Leute lieben, das Shiny Glurak, das war irgendwie ein Highlight vom Event, aber da will man ja keine Raids machen, weil Glumanda Sea Days gab es jetzt schon gefühlt dreimal, mindestens zweimal, ich glaube sogar dreimal, dass bei diversen Events immer wieder Glumanda auch wild, wo du Bonbons machen kannst, XL machen kannst, Shinies kriegen kannst, ein Gutes kriegen kannst. Es braucht es eigentlich auch keine Glurak-Rades. Raid-Kämpfe der Stufe 5, Rigi Eis. Wird für mich nur ein Pokédex-Eintrag, auf dem Main, wie gesagt, habe ich hier 10.000 Stücke tauscht, bis ich meinen 100er hatte. Hier werde ich einen machen für den Pokédex-Eintrag, ansonsten mich auf andere Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel Mega-Despo da. Da finde ich es wieder gut, Bonbons zu machen, ein paar gute Exemplare vielleicht, sich rauszuziehen, Despo der Armee muss sowieso her, vor allem unlichtmäßig, gesteinsmäßig, was weiß ich, hat ja beides, ist beides nützlich als Mega-Despo da, sowieso ganz gut. Feldforschungen, in den Feldforschungen kriegt ihr Paras, Formio, in seinen ganzen Formen, Driftlon, Iguana, Amarino, also fast alles, was es auch wild gibt, mit etwas Glück, sogar Schneeform. Warum ist das jetzt seltener drin, als das andere Sammler? Es wird wieder Sammler-Herausforderungen geben, finde ich gut, da kannst du deine Medaille pushen für Sammler-Herausforderungen und es macht immer Spaß, eine Vorgabe zu haben, was man alles entwickeln muss, was man fangen muss, was man tauschen muss, sogar manchmal auch. Und Pokéstop-Showcases sind auch angekündigt, wohl im jetzigen Event sollte es auch Pokéstop-Showcases geben, aber es gab einfach gar keine und dann irgendwann einen Tag später oder so, oder gegen Abend, dann gab es auf einmal welche, aber die wurden vergessen am Anfang und dann sind die wieder so, joa, das ist immer sehr interessant, ich sehe wieder kein Ticket, keine Forschung, kein Spezial, keine befristete, das heißt, es wird wieder einfach ein ruhiges Event, was einfach so an dir vorbei plätschert, ohne Stress, ohne Druck, denn wenn ihr mir Tickets gebt, muss ich ja immer das versuchen festzuhalten, wie ich das dann abhole und löse, damit die Leute, die sich die Tickets nicht holen, sehen, was in den Tickets ist, aber die Tickets, also die Forschung, die für alle da sind, das sieht ja eh jeder, der die macht, aber ich versuche immer für euch die, die ans Ticket geknüpft sind, hier kein Ticket, heißt für mich Urlaub, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, bis auf, wo auch euer Ramses, was sagt ihr zur Wetterwoche, Wetterwoche, schwache Woche, Wetterwoche, Lieblingswoche, braucht ihr Formio, habt ihr Bock auf die Raids, habt ihr Bock auf Megadespo da, aber der war ja auch schon da, den hat man ja eigentlich auch schon, das ist ja auch mit C-Day verknüpft gewesen, also ich sehe hier nichts Neues, ich sehe hier ein unscheinbares Event, aber das muss es auch geben, dass man mal durchatmen kann, Peace out, for out, euer Ramses.